BMW hatte es zuletzt nicht ganz leicht, auch bei den eigenen Fans. Man könnte es auch anders formulieren und sagen, BMW hat es den eigenen Fans nicht ganz so leicht gemacht. Denn das ein oder andere zuletzt präsentierte Modell, das wurde dann doch ziemlich hitzig diskutiert. Ich denke da beispielsweise an das Elektroflaggschiff, den iX, das aktuelle Vierer Coupé und das Cabrio oder auch den Einser mit Frontantrieb. Und ja, jetzt wurde es mal wieder Zeit für ein echtes Fahrerauto. Und da hat BMW geliefert, das hier ist das neue Zweier Coupé, interner Baucode G42. Hier schön als Topmodell, vorläufiges Topmodell muss ich dazu sagen, M240i. Und BMW verspricht, das ist eine echte Fahrmaschine. Ob das stimmt, das finden wir heute heraus. Bevor wir direkt reinspringen und losfahren, noch ein paar wichtige Fakten. Beim Zweier ist tatsächlich alles neu, allen voran die Plattform. Denn das Zweier Coupé basiert auf der Klar-Plattform. Das ist die gleiche Plattform, auf der auch der Dreier und der Vierer basieren, natürlich etwas anders skaliert. Aber eine völlig andere Plattform als die des Einser und des Zweier Active Tourer, das ist die UKL-Plattform. Und ja, das klingt jetzt alles kompliziert, ist aber wichtig. Denn die Klar-Plattform bedeutet längs eingebaute Motoren und Hinterradantrieb. Und das sind doch schon mal zwei Pluspunkte. In diesem Fall kommt sogar noch ein dritter hinzu. Denn unter der Haube des M240i, da steckt ein rein Sechszylinder. Und damit sollten die BMW-Traditionalisten doch schon mal beruhigt sein. Bevor wir jetzt losfahren, ich weiß, ich habe es versprochen, gehen wir aber natürlich noch auf die Optik ein. Denn wir wollen ja auch sehen, wie dieses Fahrzeug aussieht. Und da muss ich gestehen, als ich die ersten Bilder des Zweier Coupés gesehen habe, da war ich mir tatsächlich so ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll. Hat mir nicht so richtig gut gefallen. Aber ich kann euch sagen, in echt sieht der wirklich gut aus. Hat BMW tatsächlich momentan für mich so eine Designsprache, die auf Bildern teilweise nicht gut rüberkommt. Ging mir mit dem M3 auch so. Aber in echt, jetzt wo ich da vorstehe, sieht er auf jeden Fall gut aus. Also bevor ihr loshatet, schaut euch das Auto erstmal in echt an. Kommen wir zu den Details. Wir haben hier ein Zwei-Augen-Gesicht, angelehnt an den 2002, relativ schmale Scheinwerfer, serienmäßig in LED, optional adaptive LED-Scheinwerfer. Hier das Tagfahrlicht ist geschwungen, ist gleichzeitig auch der Blinker. Und dann kommen wir natürlich zum wichtigsten Feature an der Front. Das sind hier die Nieren. Und anders als beim Vierer sind sie fast schon dezent. Es sind schmale Nieren, klein. Und in diesem Fall, seht ihr hier, diese Details sind geschlossen, beziehungsweise diese Öffnungen sind geschlossen. Die können sich je nach Kühlluftbedarf öffnen. Hat BMW zwar schon länger, aber sonst eigentlich hinter Streben. Hier jetzt erstmals so. Gibt es übrigens auch, wer diesen eloxierten Look hier nicht mag, auch in komplett schwarz. Ansonsten haben wir dreieckige Elemente hier am Lufteinlass beispielsweise. Eine sehr cleane Front. Wichtig noch, die Haube. Die hat einen ganz schön großen Power-Dom. Da muss man mal genauer hinschauen. Das bricht tatsächlich so diese große Fläche von der Haube auf. Sieht richtig gut aus. Und diesen Power-Dom, den hat übrigens nicht nur der M240i, den haben alle Modelle. Können wir an dieser Stelle bitte einmal über die Farbe sprechen? Die heißt Thunder Night Metallic. Ein dunkles Lila, gefällt mir richtig gut. Gibt es exklusiv für das 2er Coupé. Und erinnert mich ganz stark an Daytona Violette vom E30 oder auch E36. Also richtig, richtig schön. Bin ich sehr gespannt, wie viele Kunden diese Farbe dann tatsächlich wählen werden. Und wo wir jetzt hier schon am Profil stehen, das ist tatsächlich auch meine Lieblingsperspektive. Durch die neue Plattform ist das Auto gewachsen. Und zwar in allen Dimensionen. 4,54 Meter lang. Das sind knapp 10 Zentimeter mehr. 1,84 Meter breit. Ungefähr 6 Zentimeter mehr. Und 1,40 Meter hoch ist das 2er Coupé. Das sind knapp 3 Zentimeter weniger. Ist also länger, breiter und etwas flacher geworden. Und das sieht man hier auch im Profil. Er sieht richtig schön bullig, aggressiv aus. Braucht allerdings auch große Felgen. Also der M240, da ist es besser. Der hat 19 Zoll Felgen, Serie. Und die stehen dem Auto auch gut. 220i und 220d, die kommen auf 17 Zoll. Ich könnte mir vorstellen, die wirken fast schon ein bisschen verloren. Aber gut, 19 Zoll gibt es ja immerhin als Option. Spiegel sind ja M-Style, wenn man so möchte, mit Doppelsteg. Hier nicht an der A-Säule befestigt. In diesem Fall jetzt auch so eloxiert wie die Nieren vorne. Gibt es auch als Shadowline. Türgriffe, auch noch ganz wichtig. Die sind jetzt versenkt. Allerdings nicht elektrisch ausfahrbar, sondern ganz klassisch, mechanisch. Und, ihr habt es schon gesehen, rahmenlose Scheiben. So gehört sich das für ein BMW Coupé. Was sich auch für ein BMW Coupé gehört, ist natürlich der Hofmeisterknick hier an der C-Säule. Auch der darf nicht fehlen. Alles in allem, muss man schon sagen, die Rathäuser, die stehen schön weit draußen. Profil, das ist auf jeden Fall die Sahneseite des 2er Coupés. Was die Front beim Vierer ist, das ist das Heck beim 2er Coupé. Hier scheiden sich tatsächlich die Geister. Und das liegt vor allem an den Rückleuchten. Die nehmen die Form der Scheinwerfer wieder auf. sind tatsächlich dreidimensional, also haptisch zu erleben, wenn man so möchte. Ja, ist Geschmackssache. Ich bleibe dabei. Man muss das Auto tatsächlich erst mal live sehen, bevor man dann ein abschließendes Urteil fällt. Das merke ich mir und das solltet ihr euch auch merken. Ansonsten, abgesehen von diesen Rückleuchten, ist das Heck eigentlich sehr bullig. Speziell jetzt hier beim M240i. Klar, die Schriftzüge, die kann man auch weglassen. Aber an den Auspuffrohren und auch an diesem angedeuteten Diffusor, da erkennt man natürlich das Top-Modell, sieht gut aus und was aus den Auspuffrohren rauskommt. Das hören wir uns jetzt an, Soundcheck. Unterwegs im BMW M240i und bevor wir jetzt direkt zu den Fahreindrücken kommen, vielleicht noch mal ein kurzer Eindruck zum Cockpit. Für alle, die das Vorstellungsvideo des Zweier Coupés von meinem Kollegen Peter noch nicht gesehen haben, das solltet ihr unbedingt nachholen. Lohnt sich, sehr informativ und auch sehr unterhaltsam, denn da könnt ihr sehen, wie ein 1,95 Meter großer Redakteur sich hier auf die Rückbank zwängt. Und ihr habt gerade gemerkt, ich habe vergessen, Start-Stopp auszumachen. Das holen wir jetzt erst mal nach. So. Ja, Cockpit-Eindruck, ganz klar, kennen wir vom Vierer und auch vom Dreier. Ist bewährt und gut. Hier findet sich jeder zurecht, der mal in einem moderneren BMW saß. Das wirkt wirklich keine Fragen auf. Die einzige Veränderung wirklich ist diese Fläche hier in der Tür. Heißt M-Akzentfläche und ist beleuchtet. Kostet 200 Euro Aufpreis. Ist ein nettes Gimmick. Ja, sieht ganz cool aus. Beleuchtet habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Ist halt hell draußen. Ja, wer das mag, der kann das eben für 200 Euro bestellen. Ansonsten schön tiefe Sitzposition. Wir haben jetzt hier die optionalen M-Sportsitze an Bord. Die kosten 900 Euro Aufpreis. Serienmäßig sind Sportsitze verbaut. Diese hier sind einfach nochmal ein bisschen besser konturiert. Vor allen Dingen jetzt hier so im Beckenbereich. Aber die sind jetzt nicht so kompromisslos, beispielsweise wie die Schalensitze im M3 oder M4. Also das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Hier eine ganze Ecke komfortabler. Das muss man schon sagen. Dann, vielleicht ganz wichtig, wo wir jetzt hier noch innerorts unterwegs sind und ich noch Zeit habe, ein paar Fakten aufzuzählen. Ich habe mir noch gar nichts zum Motor bzw. zu der Leistung gesagt. Bisher habe ich ja nur gesagt, dass ein Reihen 6 Zylinder unter der Haube ist. Das stimmt auch. Diesen Motor kennen wir auch schon. Den kennen wir nämlich beispielsweise aus dem M340i. Das ist der B58 Motor, ein 3 Liter Reihen 6 Zylinder, 374 PS und 500 Newtonmeter leistet der. Und den gibt es ausschließlich hier mit 8 Gang Automatik. Für alle, die jetzt sagen, ich hätte aber gerne einen Handschalter, kann ich verstehen, ist aber nicht. Und die 8 Gang Automatik, die ist wirklich verdammt gut. Jetzt hier so im Komfort Modus, Automatik, komplett entspannt, wirklich zum Cruisen perfekt. Und wenn ich dann jetzt hier rüber gehen würde, merkt man direkt, die ist hellwach, schaltet super zuverlässig. Also das ist ein richtig gutes Getriebe, da gibt es gar nichts an auszusetzen. Nochmal kurz zurück zur Leistung. 374 PS, 500 Newtonmeter. Wenn wir da mal einen Rückblick wagen, beispielsweise in das Jahr 2015. Das war das Jahr, in dem der erste M2 präsentiert wurde. Der hatte den N55 Motor an Bord, ebenfalls einen 3 Liter Reihen 6 Zylinder mit 370 PS und 465 Newtonmeter. Also 4 PS weniger, 35 PS, 4 PS und 35 Newtonmeter weniger. Und man darf nicht vergessen, hier kommt ja noch was. Das hier ist ja nur die Vorstufe zum M2. Also da wird BMW auf jeden Fall nochmal richtig einen drauflegen. Da bin ich gespannt drauf. Zum Fahrwerk lässt sich sagen, der M240i hat serienmäßig ein M-Sportfahrwerk an Bord. Wir haben jetzt das adaptive Sportfahrwerk, also mit verstellbaren Dämpfern an Bord. Und jetzt sind wir hier auch schon auf einer Landstraße, da können wir zumindest mal hier in den Sportmodus schalten. Die müssen wir mal ein bisschen schneller angehen. Es macht schon Spaß. Zum Sound lässt sich sagen, ihr habt ihn ja jetzt schon von außen gehört. Wichtig, kein Softlimiter. Das ist doch schon mal eine sehr gute Nachricht. OPFs sind natürlich an Bord, klar, die klauen ein bisschen Sound. Aber es ist doch ein schöner Sechszylindersound, wie ich finde. Nicht zu aufdringlich, aber stets präsent, zumindest im Sportmodus. Im Komfortmodus dann nicht aufdringlich. Wirklich angenehm. Und ich muss einfach, ich kann es nicht oft genug sagen, so ein Sechszylinder in einem Neuwagen, das ist einfach eine feine Sache. Die Lenkung ist serienmäßig eine variable Sportlenkung. Hat ein schönes Rückstellmoment. Sehr direkt. Und da kommt dem 2er Coupé natürlich auch die neue Plattform zugute. Denn die neue Plattform bedeutet auch mehr Spurweite. An der Front 52 mm, hinten sind es 31 mm. Zusammen mit größeren Rädern bedeutet das mehr Auflagefläche der Reifen. Und damit auch wirklich sehr guten Grip. Allradantrieb haben wir jetzt eben beim M240i serienmäßig an Bord. Hinterradantrieb gibt es beim M240i nicht. Und ja, das ist ein variabler Allradantrieb, der wirklich gut funktioniert. Jetzt können wir hier nochmal schön durchbeschleunigen. Wirklich. Ich glaube, ihr merkt, wie gut und zuverlässig diese 8-Gang-Automatik schaltet, auch unter Last. Ihr habt gemerkt, sie gibt einem schon guten, ich will nicht sagen Schlag, aber auf jeden Fall sind die Gangwechsel deutlich spürbar. Der Motor dreht über 6.500 und der Vortrieb, ich meine 500 Newtonmeter, der ist wirklich ordentlich. Vielleicht sollte man auch nochmal ein Wort über das Gewicht verlieren. Das Auto hat ein Leergewicht von 1765 Kilo und das ist natürlich nicht gerade leicht. Und das sind auch, ich würde sagen, 160 Kilo mehr als der Vorgänger, also der F22 M240i mit Allradantrieb. Was natürlich zum einen an der größeren Plattform und den größeren Abmessungen liegt, aber auch an neuen Sicherheitsvorschriften. Also es halt auch ein bisschen hat das eben dann auch mit den Vorschriften zu tun. Ja, muss man halt wissen, kann man nicht drum rum. Es sind nun mal dann eben fast 1,8 Tonnen mit mir drin, mit Sprit und so sind wir dann bei 1765 Kilo. Das ist für ein Kompakt-Coupé eben viel, aber positiv, man spürt es tatsächlich nicht wirklich. Also auf der Landstraße fühlt sich das Auto sehr leicht an, die Lenkung ist schön direkt. Das Auto ist auch nicht zu groß für die Landstraße, das hat man ja oft bei sehr leistungsstarken Autos, dass man dann gerade auf der Landstraße immer denkt, boah, das ist ein riesen Schiff. Das ist der 2er nicht, ist wirklich schön kompakt von den Abmessungen her, trotz der neuen Plattform. Also wirklich auf der Landstraße und auf Passstraßen macht das Auto viel, viel Spaß. Leistung ist mehr als ausreichend. Dennoch bin ich natürlich gespannt, was der M2 da noch so drauflegt. Ich meine, erinnern wir uns zurück. M2 Competition mit dem S55 Motor 410 PS schon, M2 CS sogar schon 450 PS. Also ja, da wird BMW sicherlich noch ein bisschen drauflegen im Vergleich zu diesem jetzt hier. Ja, Fahrwerk hatten wir, adaptive Dämpfer haben wir jetzt hier an Bord. Ansonsten das Sportfahrwerk hat eine etwas härtere Abstimmung als das normale Serienfahrwerk. Wir haben die Reifen gehabt, wir haben jetzt hier eben optionale Sportreifen drauf, Michelin Pilot Sport 4S. Für mich aktuell der beste Straßenreifen, den es so gibt. Also wenn man nicht ganz kompromisslos mit einem Semi-Slick unterwegs sein soll, will, dann ist das für mich der richtige Reifen. Gibt es hier eben an der Vorderachse, wenn man sie bestellt, in 2,45. Das ist größer als sonst. Sound im Sportmodus rotzt er sogar so ein kleines bisschen ab, aber es ist, wie gesagt, stets alles im Rahmen. Also er ist nicht aufdringlich. Es ist einfach ein schöner Sechszylinder-Sound. Wir haben ein variables Sperrdifferenzial, beziehungsweise ein elektronisches Sperrdifferenzial an Bord. Und serienmäßig beim M240i, beim M230i wird es das dann gegen Aufpreis geben. Da wurde mir gesagt, das soll im Sportplus-Modus, ja so aus engen Spitzkehren beispielsweise, auch tatsächlich so Heckschwenks zulassen. Das ist jetzt hier in der Münchner Innenstadt, beziehungsweise rund um München herum nicht unbedingt zu empfehlen, das auszuprobieren. Das machen wir dann in Ruhe auf der Rennstrecke. Aber ich kann sagen, das Auto macht wirklich Spaß, ohne zu nerven. Also es ist schnell, es ist auf der Landstraße super zu platzieren. Es hat einen schönen Sound, eine Topkraftentfaltung. Aber es ist nicht unnötig hart, wie beispielsweise der 1.28 Ti. Der war mir dann doch tatsächlich selbst im Komfortmodus unangenehm hart abgestimmt für meinen Geschmack. Das ist hier beim M240i viel besser. Wir haben jetzt im Komfortmodus, ich kann ja nochmal zurückgehen. Wirklich eine schöne Abstimmung mit diesen Adaptivdämpfern hier. Also das passt. Ja, es ist ein rundum gelungenes Auto. Hat BMW gut gemacht. Ortsausgang, wir sind im Komfortmodus und im Automatikmodus des Getriebes. Ich lade voll durch. Minimale Gedenksekunde. Aber dann merkt ihr, der Ganganschluss wirklich super schnell. Steht meiner Meinung nach einem Doppelguckungsgetriebe nichts nach, was die Schnelligkeit angeht. Aber ist dabei deutlich komfortabler, was langsame Rückschwindigkeiten angeht. Also das ist wirklich gut. Gut, jetzt schalten wir nochmal in den Sportmodus. Wir können mal ein paar schnellere Kurven fahren. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so rüberkommt. Man hört so leichtes Abrotzen, wenn ich vom Gas gehe. So, hier haben wir jetzt vielleicht auch nochmal ganz kurz die Chance. Die Launch Control auszutesten. Dazu gehen wir in Sportplus. Machen das DSC auf Traction. 0 auf 100. 4,3 Sekunden. Ich habe es zwar jetzt nicht nachgemessen, aber würde ich glauben. An dieser Stelle Chapeau an BMW für dieses Auto. Denn wir müssen einfach mal zusammenfassen. Es ist kein SUV, kein Elektroauto. Stattdessen ein zweitüriges Sportcoupé mit Verbrenner, rein Sechszylinder, Hinterradantrieb. Gut, nicht in dieser Version. Aber jetzt komme ich wieder um die Ecke. Denn zum Marktstart Anfang des Jahres, also Anfang 2022, kommt der M240i nur mit X-Drive. Aber später, da wird BMW noch eine Hinterrad angetriebene Version des M240i nachschieben. Das haben sie mir schon mal verraten. Also sollten die Drifter unter euch vielleicht noch ein paar Monate warten. Spart sicherlich auch nochmal ein paar hundert Euro. Und auch mit X-Drive macht das Auto wirklich unfassbar viel Spaß. Einfach cool, dass es solche Autos heutzutage noch gibt. Und man darf ja nicht vergessen, da kommt noch was. Es kommt ja noch ein M2. Und ich bin echt gespannt, was BMW da noch machen will, um da noch einen draufzusetzen. Denn dieser Wagen, der M240i, ist ja schon leistungstechnisch auf dem Niveau des ersten M2. Wir haben hier mehr Leistung an Bord. Allerdings auch preislich sind wir fast auf dem gleichen Niveau. Der erste M2 hat Ende 2015 56.700 Euro gekostet. Der M240i kostet jetzt 56.000 Euro in der Basis. So wie er hier steht, ist er deutlich teurer. BMW hat zwar keine Preisliste reingelegt, aber ich habe mal für euch nachkonfiguriert. Und ich bin bei 71.990 Euro gelandet, wenn ich denn nichts vergessen habe. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Ob einem ein Sparsauto so viel Geld wert ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann nur sagen, es ist definitiv ein Sparsauto, definitiv eine Fahrmaschine. Ich bin einfach dankbar, dass es solche Autos gibt. In diesem Sinne, falls euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.